Willkommen zu meinem YouTube-Video! Ich mach Filmchen, keine YouTube-Videos. Doch? Weißt du, wie wir heißen? Warte, guck, guck, warte kurz, warte. Ching-Shang-Shong? Kannst du deine Nägeln in meinen Polo stecken? Und die... Ach, scheiße, was ist du selber weg? Fick dich. Fick du mir. Ja, da hinten. Zeig dich. Hallo. Hallo. Wie alt bist du? Nein, antworte nicht. Zeig mir einfach deine Füße. Weiß nicht, ob ich sie heller oder dunkler machen soll. Wenn es so hell ist, ich glaub, es ist besser, wenn ich zu ganz dunkel bin, oder? Weiß nicht, da kann ich den Ausschnitt nicht so gut betrachten, wenn du ganz dunkel bist. Na, du bist eh nichts vorhanden, also. Achseln. Sorry, Reflex. Sagst du mir deine Füße? Nee, sind richtig eklig mit viel Hornhaut. Ich glaub, die willst du nicht fehlen. Geil, ich knabber ab. Uwo. Uwo. Ich würde den Hacken mal verpulen, normal. Ehrlich? Hat mir Popo seckt? Oh, da wird überlegt. Jetzt weiß ich, warum ich HIV hab. Oh, ja. Warum spielst du mit so einem Ring? Warum nicht? Mein Penisring ist genauso groß. Eine Freundin hatte von mir auch so einen Dutt. Dann hab ich ihr drauf gehauen, von hinten. Dann hat sie sich umgedreht und dann hab ich sie Knockout gehauen. Dann hab ich sie gebummst. Hahahaha. Hahahaha. Alter Junge, was macht denn ihr mit dem Ding für verrückte Sachen? Das schieb ich mir immer rein. Kannst du bei mir auch machen? Ja. Oh. Ich kann echt gut stöhnen. Wir können ein Battle machen, wenn du willst. Nee, nee, nee. Aber ähm. Kannst du mal mit meinem Namen machen? Wie heißt du? Kim. Soll ich noch ein Oh machen? Bitte noch ein Uwo hinterher. Oh, Kim. Uwo. Ah. Ey, das geht besser. Ja, war gut. Oh, Kim. Hahaha. Junge, bist du Barbie oder so? Ja, wenn du's so siehst, bestimmt. Alter geil. Kannst du meine Barbie sein? Nee. Heute ist Weltfrauentag. Heute belästigen wir keine Frauen. Einen Tag. Einen Tag ohne Belästigung. Einen Tag. Zeigst du mir deine Füße? Hallo, bist du nackt? Nein, bin ich nicht. Kannst du dich nackt machen? Ist mir ein bisschen zackt. Ich dachte erst, sie hat Krebs. Ich auch. Ey, ich bin Skorpion. Ey, ich schütze. Ja, aber ich meine, ich dachte, die hat die Krankheit. If his age is on the clock, he is ready for the clock. Ich hab schon mit Zehenspenzel gelutscht. Machen wir zusammen Yoga. Was hältst du davon? Wir machen jetzt eine Yoga-Übung. Ich mach eine vor, du machst hier nach. Okay. Wir fangen jetzt mal leicht an, ja? Ja. Also, du nimmst erstmal, machst du zum Aufwärmen, gehen wir hier runter, ja? Und dann berühren wir den Boden. Stopp. Du willst das nächste Mal nicht verpassen, wie ich Yoga mache? Dann schau doch gerne mal bei kick.com-trs-neeps vorbei. Dann bin ich daily live auf Omme. Dann kannst du gerne so welche Sachen auch miterleben. Alter, eine wichtige Frage. Ja? Ich meine, ich weiß ja nicht, was ist so, aber hast du auch Lipi-Piercing? Ich hab alles. Ich hab Eisenmangel. Ja und? Ob ich schwitze, bin ich da nicht so scheiß drauf. Wow. Zickenkrieg oder was? Kannst ja mitzicken. Alter, gerne. Hast ja so einen großen Arsch. Darf man nur zicken, wenn man einen großen Arsch hat? Ja. Warum zickst du dann? Bist du eine Trap oder so? So schön kann man nicht aussehen. Bist du eine Transe? Genau. Das will nicht. Geil. Ich würde dein so in den Mund nehmen. Wow. Wow. Soll ich was los sagen? Erzähl. Ich höre dir gerne zu. Dein was? Mein Freund. Was ist groß für dich? Okay, chill mal. Das ist ja immens. No homo. Du hast doch irgendwas cooles. Irgendwas liegt dir auf die Zunge. Du willst es nur nicht sagen. Nee, ich schwöre mir fällt nichts ein. Sag mal, frag mich irgendwas. Wie? Was soll ich fragen? Ich frag schon die ganze Zeit Sachen. Frag alles, alles. Ich bin offen. Fotzentiefe. Oh. Oh. Ja, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ja, da hab ich grad aufgedacht. Oh mein Gott. So, hast du so einen Zähler. Es ist so eine Challenge, so. Wie viele Anspielungen du machen kannst. Und dann hast du so einen Zähler. Und dann jedes Mal, ich kann dir auch Liebe geben. Denkst du, ich lüge jetzt die ganze Zeit? Nein. Hä? Akzeptierst du mich jetzt nicht so, wie ich bin? Mein Gesicht kommt mir bekannt vor. Oh, ich weiß nicht. Hat dir schon mal jemand gesagt, wen du ähnlich aussiehst? Ja. Wie hieß nochmal die Fridays for Future, Tante? Ich seh doch nicht aus wie Greta Thunberg, Digga. Genau, so hieß sie. Yo, du bist jetzt auf unseren BeReal drauf. Alter, geil, yo. Yo. Sorry. Hier, das kannst du sehen. Nee, überhaupt nicht. Aber das freut mich. Ey, aber danke dir. So? Hättest du mal früher sagen. Na, ich seh's nicht. Sollen wir nochmal machen? Ja, dann kann ich meinen Penis zeigen. Wenn du das Bedürfnis dazu hast. Okay. Okay. Ist gut? Ja, sehr, sehr gut. Ey, geil. Danke. Ich seh da hinten, du hast da Blätter hängen. Mir kommt da gerade in mein Gedächtnis und ich würde dich gerne fragen, ob ich nackt wie Tarzan mich da lang schwingen kann. Zu dir. Alter, die Hand würde an meinen Penis passen. Willst du sehen? Sie hat Wichse im Gesicht, sie braucht Zeva. Nein. Bist du Fußballfan? Ja. Bist du Fußball? Ja. Krass. Kannst du mit meinem Ball spielen? Wie bitte? Nichts, alles gut. Hast du einen Freund oder ist das dein Name auf deiner Kette? Das ist mein Name. Dein Name. Kann ich nicht lesen, aber ist ja auch unbedeutsam. Lana. Lana? Ja. Also, anal.